Yo meine Freunde was geht ab euch Biber hier am Start mit einem neuen Case Opening und ihr seht es schon hier Chroma 2 Case Wow yeah Heute Nacht war es soweit wir waren live dabei Die Drop Rate hat angefangen 25 Euro das Stück am Anfang und das übrigens war so geil da hat sich doch tatsächlich 2 Stück für 18 Euro gekauft heute Nacht Und mittlerweile sind die bei 7 Euro ich hab mir 10 Stück gekauft 10 Schlüssel gekauft also sind wir bei ein bisschen über 90 Euro Kostet jetzt sehr Spaß hier das Opening aber ich zeig euch erstmal die Skins die da drin sind die sind richtig geil also wirklich ich hab auch schon mit Syvix gesagt hammerhart Selbst die Blue Skins hier so eine AK ich find die mega geil also Syvix hat auch schon gesagt eine der besten AKs die überhaupt rausgekommen sind Muss ich auch zustimmen sieht echt fresh aus ja für den Blue Skin Hammer So dann haben wir hier auf jeden Fall die MP7 Armor Corp finde ich auch nicht schlecht die hat übrigens Syvix gezogen Wollen wir natürlich ein bisschen besser machen als er Dann die Desert Eagle Bronze Deco finde ich auch finde ich eigentlich stylisch ne muss man halt mal gucken wie die Ingame aussieht Die Valence Valence wie auch immer ähm ja sieht jetzt auch nicht so stylisch aus ne sieht aus wie ein paar Photoshop Brushes und so gefällt mir jetzt nicht ganz so Manowar hat sie übrigens übrigens auch gezogen finde ich jetzt überhaupt nicht toll sieht aus wie die Anodized Navy Nur halt mit dem Gold Geschnickel und ja geht so ne und Origami jo geht Die Warm God Ja was sagen wir dazu ich weiß nicht wie findet ihr die müsste man sich halt mal Ingame angucken keine Ahnung Dann die Heat finde ich sehr stylisch ja gab es auch mal eine Mac 10 Heat Und jetzt bei der Max 7 sieht es irgendwie noch geiler aus Also ich mag ja diesen bisschen so diesen Throne Look und so also richtig nice Äh Pole Position habe ich schon gesagt das ist was für Kettiker ja hier bester Formel 1 Pilot ever Kannst dir gönnen mir persönlich gefällt sie nicht finde ich ein bisschen zu kitschig Dann die Grand Prix mag ich jetzt auch nicht so Dann die Monkey Business ich weiß nicht was ich davon halten soll Aber ist vielleicht auch ganz lustig Aber ich denke mal wenn die Overused ist dann ist es dann auch nicht mehr so spaßig mit der zu spielen Äh die Eco ähm passt mega krass zu Season Ja ihr wisst ja wie Season aufgebaut ist von der Farbgestaltung her Ähm finde ich gar nicht mal so schlecht Also ist minimalistisch aber auch stylisch sehr gut angelegt das Ganze Dann haben wir die Gin Ähm ja geht denke ich auch mal fit Erinnert mich halt übelst an so ein gerade hier wie so ein Gothic oder so ein Risen Layout Keine Ahnung Äh und dann kommen wir jetzt hier zu den zwei Redskins Einmal die Hyper Beast Also Artwork Technik mega krass geil Von der Farbgestaltung natürlich so ein bisschen Masterpiece ähnlich ne mit den Blautönen und so weiter Aber trotzdem mega fresh das Ganze Und mein absoluter Favorite Neon Rider ja So ein bisschen der 80er Jahre Disco Style Look ne Also finde ich halt mega mega fresh sowas Und ja also wenn ich die ziehen würde Einfach nur Hammerhard oder auch die hier oder Keine Ahnung also ich finde die Skins mega krass Also müsst ihr auch mal reinschreiben Also ich finde das ist mal wieder eine Der Cases die richtig geil geworden ist Ja wirklich geile Skins rausgepickt aus dem Workshop Also das gefällt mir So und hier wie versprochen die 10 Stück vorbereitet Und ja dann lasst uns mal beginnen meine Freunde Oh shit Da seht ihr die nochmal komplett in der Übersicht Und ja wie gesagt die zwei hier Das ist ein Muss Ja das ist auf jeden Fall ein Muss Jungs Das ist ein Muss hier der Shit Und natürlich die Knives mal wieder logischerweise die Chroma Knives Und scheiße Fuck Die Prosteko darüber hatte ich mich jetzt gefreut So Haben wir die Origami Ist natürlich ein bisschen angeschlagen Ich schätze mal dass es wahrscheinlich Boah viel testet Ja Oh guck mal guck mal Ich predikte krass oder Ich predikte echt krass So Weiter geht's Weiter geht's Hoffentlich nicht Hoffentlich heute nicht so viel blau Aber immer noch nichts doppelt So Die Valance Ne die gefällt mir ehrlich gesagt nicht Finde ich vom Layout echt mega hässlich Weiter geht's Ach komm bitte Oh shit Pinkskin Monkey Business Business mit Syphilis Oh Ein Pinkskin Ah auch ein Field Tessel Aber wobei Sieht trotzdem FN aus Wahrscheinlich Sind die Conditions da ziemlich egal Aber trotzdem Ist cool Die kann ich ja einigermaßen feiern noch Oh shit Aber egal Ist that right sort of Origami hier nochmal am Start Na wird auch viel testet sein Junge 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 Aber heute mit den Conditions Hab ich aber Was die sogar Bells get Oh shit Heute mit den Conditions Hat der Boy aber nicht so viel luck Komm da muss jetzt mal was FN sein Komm 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 Oh ja Oh ja Oh ja Max 7 Heat Das gefällt dem Boy Mal gucken Ah sieht doch geil aus oder Kann ich auf jeden Fall feiern das Teil Was bist du für eine Condition Hapel Das ist ganz geil alter Was ist heute mit mir los ey Fuck Alter ich merke schon Die 90 Euro haben sich mal wieder richtig krass gelohnt hier Die zu investen Ah Ist ja ekelhaft man Ei 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 Oh Ah Die AWP Warm God Komm So können wir jetzt auch mal hingeben Wobei ich finde es vom Artwork her Ist das eigentlich immer anders So weiter zurück gesetzt Oder ist das wirklich immer so fest da drauf Aber ich denke mal Das ist wahrscheinlich fest drauf Ja, gut, könnte man sich jetzt drüber streiten, ne? Geht, aber jetzt auch nicht so krass Also ich würde es jetzt nicht unbedingt zocken Oh, immerhin in Minimal Well Das ist ja schon mal ganz nett Also komm, ey, also komm, bitte, bitte Dann kann doch jetzt mal Kann doch jetzt mal was krasses dabei sein, oder? Und Ja, gut, die Amor-Core, die hatten wir jetzt noch nicht, aber Bisschen langweilig, ne? Oh, ich finde das hier oben ganz geil Sieht aus wie so Wie nennt man das? So gebürstetes Silber, ne? Nicht, nicht X-verkehrt So, oder Alu Können es ja auch sein Silber wahrscheinlich eher nicht Oh, nochmal die Monkey Business Oh, aber die sind schein Oh, ich glaube, die sind bis zum Arsch Oh, die sind bis zum Arsch Aber egal Aber ist geil, ne? Das ist schon nicht schlecht, so Und, äh, dann Machen wir noch auf Und jetzt müssen wir gucken Armin Komm Haha Das ist mein Ey, aber warum Meine neue Hasswaffe So Gut Dann beenden wir das Ganze hier mit Dreimal diese Also das ist, glaube ich, auch wirklich Der hässliche Skin aus der ganzen Collection Und die Manowar Ja, ich verfluche diese Skins hier Aber ansonsten ist auch okay Zweimal pink rausgezogen Das ist für mich ein guter Schnitt Bei, ähm, 10 Kisten Sehr, sehr nice Und, ja Sind wir fertig damit Dann vielen Dank für's Schauen Und vor allem vergesst nicht zu liken Ihr Wichser I don't give a fuck I don't give a fuck I don't give a fuck Bitch, I don't I don't give a fuck I don't give a fuck Yo, was geht ab, meine Von der BBM Schreibt mir dann Nur ein Trilltop Hustle Video Und ich hab ja gestern Making of zu dem kleinen Intro hier gemacht Ich hab ja gestern Ich hab ja gestern Ich hab ja gestern